So, wir sind wir zurück im Apartment. David haut sich noch ein Wein hinter und dann können wir eigentlich schon wieder Missionen schon starten. Und zur Erklärung, warum der David jetzt hier ein Glas Wein nach dem anderen trinkt. Wir sind ja hier in Weinbud. Richtig. War nicht gut, oder? Nee. Gut, also David startet die Mission so, wie die letzte Mission aufgehört hat. Stotz besoffen, wie ihr seht. Soll ich dir ja helfen? Hier links? Jawohl. Nein, 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 nein. Ich hoffe, dass das so unmöglich seht hier. Nee, das habe ich auch mitgebracht, ey. Okay. So, okay. Auf geht's. Gut, dann bin ich wieder nicht dran. Gut, dann bin ich wieder drin. Ich brauche mich da, wie du siehst. So, Munition kaufen, Pansons haben. Und siehst. Was siehst du? Segen. Wir sehen. Ach du Scheiße. Hätte nur ein Räden als gesehen. ob das ist richtig gestartet ja habe ich was hier so ja immer genau hat ja also schön jeder die schönsten lordschnecken aufmachen noch die tür auf okay was progres hier mich ist complex und das ist exakt die we i want you to approach this next little task we are going to borrow something up the navy an e mt they're not gonna me they're not 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 so ein bisschen mehr jürgen und ich bin ja auch die in die Reine meine Rechte die Abrechen aber nicht nur die hier so war aber schüchern und die Stolmein Kürze und er hat er hat mir auch sie müssen sie den Fehler wie man an dann haben wir eine Muschelsuppe sie haben keine Muschelsuppe war überhaupt das Wunder so wissen wir überhaupt kommen wir wissen nicht wissen wir wir sollten ein EMP-Gerät um Jumain Labs den Strom abzustellen das ist momentan ein Hydra Senkrechtstatter eingebaut das heißt wir müssen zu diesem Flugzeugträger und dort den Senkrechtstatter klauen ach ja Feuerwehr 3 M. Achtung nah 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 na Läufe so als nur ein ich bin von mir aus kann man das Leben wir haben die Maske die mit einer ganz Körbeleggen Führer auf geht es gibt mir leid die Mischung da hat er gesagt hat er die Maske aber alle zwei Männer Leckner der Maltby wie er mal ein Ding wenn man hat wie wir schreien er meinte er meinte in Portempoel das ist ein Zürcher auf uns gehen so auf geht er markiert und mal den Ding nun gut sie sind sie auch es ist es ist immer so vor Ort und es ist die Hälfte so gut das ist der Fall ist auf dem Haus aufwendig ich bin sie sind sie sind sie hat sich in der Welt die Städte sich aus dem Bild Westerner muss ich uns eigentlich das falsch nein alles muss nicht nach vordergrund von uns lassen auch nicht die Mütter zu sehen hat die Mütter und dort schon in der Stadt in Deutschland die Wurzeln der Hans-Dieschow-Rollkommand vorhin bei dem Rollen wenn er sich um die Klinik wir haben bereit Mischewo-Rollkommand auch immer ist aber auch verwinkelt hier das ist auch lange nicht mehr gespielt das ist ja mit dem der Oberbürgermeister der Oberbürgermeister der Oberbürgermeister und der Oberbürgermeister Stiftung Stiftung in der Nähe ich bestellte und schnitt er hat die Befugung mit dem Raum Strand ins Wasser ich wollte ein bisschen mehr alles von dieser Begort im Briefkasten und sie von uns ließen vor uns sind so gut in meinem Haus und meine Frau aufgibt so war man auch von einem Volk aber ich kann mal gehen Wer fährt das Gerät hier? Da ist die Mutter an. Wenn wir hinter dem Boot schicken, mach ich Mutter an. Die Scheiben weg. Da der Gettepunkt. Da von hinten, von hinten ran, ne? Immer. Ich hab immer für dich gesagt. Ich hab echt schon überlegt, wie rüsst du das am besten aus? Sonst Bruch wäre selber gekommen, nicht gesagt, eine Fonds eigentlich heck. Auch nicht an die Gero-Toma-Tex ist. Schönes, enge Treck. Immer den Kasten-Bogen machen. 5,2,3. Und man muss die Folge ab 8,5,5. So, die Gero-Noël. Der T intenso ist auch so. Oh, ja. Ich hab's geschmehr. Ich hab's sch Его-Toma-Tex betroffen. Euch hat der Gero-Gero-Gero-Gero-Gero-Gero. Wir haben den Gero-Gero-Gero. Und ich hab's gesehen, wie er da war. Der Gero-Gero-Gero-Gero-Gero. Sieben hier noch wenn er in der Nähe ich meine Zuschauer die Vorhinein die Zoll ist wer man hier mit dann wählen können wir sind gut bei mir der Kriegs wir sind bereit das ist eine freundin konzentration seine freunde nicht der Reise Kroor und Frieden Prozent 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 Spiegel mit Hochbetriebser Röntgen das ist so gut wie man hin und wie man einen hochgleichen wenn er nicht durch Thomas Kuhlfas Maske auf und wie die Maske traurig war zu tun Uwe ich trage die Maske Pass auf links auf Habe ich Gut, 2 Ok, vorrücken Sehen Sie Noch die besten Fehler Hier herger Ich soll zentren ein Stück Ich will sie euch meine Scherben Die Auffahrung? Ich nehme es raus, ja es ist und zu bringen sie können wenn wir wollen die üblich wenn ich fliegt das ding den mussten piloten die politik nicht aus dem Urlaub der Gebieterbäckung gibt es auch es ist nicht so gut so werde ich auch die Wettbewerb nun ja und zum Glück auf die Köln der Schraubenden die die Erklärung der Werner den Blatt die 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 und die zu tun gehen und zu uns 3 2 3 3 und zu den rechts nämlich die links Kampfgeschwader Absturz Flugsimulator 2016 16 Flüssig Flüssig wir haben Flüssig es gibt was das heißt ich habe noch viele viele Jets über der Stadt nicht auslöst nicht auslöst ihr wisst auf 10 recht neben mir nicht jetzt macht ein weniger da bist du sie nicht bei dir drüben wenn ich mir nehmen die drei jahre links immer wieder zu ziehen in den einzelnen ich bin da bin da sind die wänden habe ich die 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 ein mit der die 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 Prozent 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 die Kälter an Prozent Prozent sehr geil da hat er noch gut um die Lüge um und es gab sie sind ja ein Leiter da keine Zeit geflogen wird und dann glaubt das war schon gemacht wird aber alle gut gemacht und wieder muss er im ersten Mal geschafft er hätte ich nicht sie sind nicht da sonst nervig er hat bei der Dämpfe und bedanken uns fürs Zuschauen lassen da um nach oben da wenn es euch gefallen hat und ansonsten sehen uns dann beim nächsten Teil von Absturz der GDR Online Heidemission schön mit Ö Ciao mit V wie auch immer sag mal wieder Uwe es immer sagt reingehauen Tschüss